so wo war denn ich glaube dance battle war irgendwo dahinten die dance battle storyline die nehmen wir als nächstes im angriff nein der typ hier war es nicht ich möchte keine tinten für spielchen warte mal die hat doch eine mail geschrieben komm ich lese die nummer akari wohnst da immer ein outdoor mall das ist doch hier da stehen sie doch wow ich habe euch übersehen hallo leute let's dance das ist das ist das ist das ist das ist Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, mein Internet. Das ist aber gerade kein Download, oder? Immer wenn es so leckt. Tja, Hip-Hop, Haus, wir machen es alle fertig. Bis zum nächsten Mal. 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 Bevor ich aber den Dance Battle mache, gehe ich Sushi essen. Ich nehme alles! Ich glaube gleich kann Haruka rollen. Danke schön! Schusufuku... was? West Schusufuku? 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 Hier ist eine? Na ich guck mal ob da, wenn ich da dann andere, wo ich meinen Auftritt hatte. Oh tut mir leid! Ich guck mal ob da, wenn ich da dann. Ich guck mal. Ich guck mal. Schusufuku? Schusufuku? Schusuf? Ah ja, hier ist es doch gemeint. Gut. Okay, wir spielen, wir tanzen Jazz. Warum geben die mir einen Handicap, brauche ich nicht. Let's do this shit. Wir haben aber schon oft Jazz getanzt, das Lied kommt mir nämlich bekannt vor. Fangen wir mit einem Salto an. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Wir bringen sie wieder dazu, auf die Tanzfläche zu gehen, sodass Christina auch checkt, wie gut Akari tanzen kann. Nur neben mir sieht sie halt nicht gerade so gut aus. Was dance pedal summit, lovely? Okay. Okay. Ah, so was ist das. Okay. 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 ist doch die brücke oder es ist die andere die Herr Kari! Untertitelung des ZDF, 2020 Vielleicht weniger ernst nehmen, mehr Spaß haben. Weil der Grund, warum Christina ja uns interessant findet, ist, wir denken glaube ich nicht so viel nach, wir tanzen einfach, wir haben Spaß. Und deswegen sind wir auch so gut. Wenn man etwas zu ernst nimmt, ist man dann verbissen bei der Sache. Und wenn man verbissen tanzt, ich glaube sowas hat Christina auch bemerkt. Da muss er noch ein bisschen... Ähm... 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 Wenn ich das schon lese... Also auch so eine Heuchlerin... So... 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 Aber die Zeit mit Haruka hat ihr wahrscheinlich auch so Spaß gemacht, ohne Hintergedanken, weil sie hat ja aufgegeben zu tanzen. Aber sie geht das alles ein bisschen falsch an. Aber sie geht das alles ein bisschen falsch an. Aber sie geht das alles ein bisschen falsch an. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Und sie ist dann auch meine Gegnerin. 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 Oh, jetzt muss ich mich anstrengen. Und sie ist dann auch meine Gegnerin. Oh, die verliert aber nicht viel dadurch. Oh, die gibt mir... Alter, was? Oh, das ist dann auch meine Gegnerin. Nein. Nein. Ich habe nur gewonnen, weil ich mich geheilt habe. Boah. Puh. A bond between dancers. Jesus. Nice. Okay. Okay. Ich habe nur noch einmal. Ich habe mich noch einmal bekommen. Ich habe mich noch einmal aufgerüstet. Ich möchte nicht, weil ich mich nochmals getrunken. Aber ich möchte nicht mehr gucken. Ich möchte nicht mehr aufgerüstet werden. Ich möchte nicht mehr aufgerüstet werden. Aber ich sehe, ich möchte nicht mehr anhören. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind ziemlich harter Gegner und sie hat uns ordentlich, ja, sie hat uns einfach alles abverlangt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich bin froh dass er diese zeit hat mit freunden bekommen ein eidl ist schwer so dann haben wir die storyline in downs